Attentat auf den Führer in München. Eine Bombe. Wo will es sie noch? Sie meinen, sie haben ihr Ziel erreicht? Der Führer lebt. Ihr Mordanschlag ist gescheitert. Da muss man sich schon sehr wundern, dass ein so unpolitischer Mensch einen Attentat dieser Größenordnung plant und durchführt. Der Hitler ist schlecht für Deutschland. Da kann man nix machen. Aber es wird doch immer schlimmer. Man kann nicht warten, bis es so spät ist. Es muss sein. Heihe, Heihe! Hast du das getan, Schorsch? Es ist... Welcher Wahnsinnige steuerte sie, Vollidioti? Es ist, wie ich's sag. Du kannst nicht mehr aus ihm rauskriegen, als die Wahrheit. Wir legen die Wahrheit fest. Ich wollte durch meine Tat auch nur ein noch größeres Blutvergießen verhindern. Wenn der Mensch nicht frei ist, stirbt alles ab. Jetzt würde ich dir, wenn du deine Estze eliminieren musst. Du hast mich einen认ken, schluss Amen! Du bist du bist du bist. Und da ist zu dürfen, ich sch cristisch eingegang! Du bist das schön.